Wunderschönen guten Morgen, ihr Füßen. Ich bin gerade aufgestanden, habe es gesucht schon und wir haben 9 Uhr und 9.30 Uhr oder so. Heute gibt es kein Frühstück. Frühstück fällt heute mal ausnahmsweise aus, weil wir heute in ein... Oh, hier ist es so sonnig überall, sorry. Weil wir heute in ein Buffet-Restaurant gehen. Also wir fahren heute wieder nach Bing City und gehen da ein Buffet-Restaurant. Wir werden danach noch ein bisschen in die Stadt gehen, dann nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit. Und heute genau vor einer Woche war der Tag, an dem ich von Frankfurt losgefahren bin. Losgeflogen bin nach Vietnam. Das heißt, wir sind eine Woche quasi unterwegs schon seit sechs Tagen. in Vietnam. Und heute da vorne auf dieser Wiese, wo ich immer chill, sind einfach vier solche Büffel. Also drei große oder ne, fünf sogar. Drei große und zwei kleine. Einfach solche fetten Büffel am Start heute. Sehr nice, Leute. Wie gesagt, ich nehme euch auf jeden Fall mit ins Buffet-Restaurant. Ich habe mir überlegt, ich werde euch vielleicht die nächsten zwei, drei Tage noch Videos machen von den interessanten Sachen, die noch passieren. Aber wir hatten die letzten eineinhalb und ich bin ja drei Wochen insgesamt hier. Also ich werde auch die nächsten Tage so filmen und dann, sage ich mal, habt ihr auch irgendwann die meisten Sachen gesehen. Aber das Buffet-Restaurant nochmal wegen City filmen. Ich filme euch vielleicht filmen euch nochmal. Vom Wochenmarkt ein bisschen was. Wenn wir mal auf den Wochenmarkt gehen, ne, also wieder die Märkte aussehen quasi. Also beziehungsweise bei denen ist ein Tagesmarkt eigentlich. Mal gucken. Vielleicht filmen euch das auch nochmal was für euch. Und ja, sonst mal schauen, was noch ins Land es gibt. Vielleicht genieße ich auch die nächsten Tage einfach ohne Video dann, ne. Mal schauen, Leute. Auf jeden Fall seht ihr mich gleich im Buffet-Restaurant. Schön essen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. So Leute, es war schon seit Tagen angekündigt, dass es anfängt zu regnen, dass es regnen soll und jetzt regnet es wirklich. Nachdem die letzten Tage sind wir in Wingscheid jetzt angekommen und hier haben wir das wundervolle Buffet-Restaurant und da werden wir nun essen gehen. So Leute, wir gehen jetzt in mal die Treppen hoch und ich bin gespannt, was uns hier oben dann erwartet. Bis zum nächsten Mal. So Leute, das hier ist das wunderschöne Buffet, zumindest im Salatbereich da vorne. Ich glaube, das andere muss man frisch bestellen, größtenteils, wenn ich das verstehe hier. Schauen wir mal kurz. Auf jeden Fall ist es hier sehr schön und sehr modern für Leute. Wir sehen uns, wenn ich mehr essen gehe, dann sage ich noch mal, was ich mehr essen gönne hier. So Leute, bei so einer großen Auswahl gibt es nur eine wirkliche Möglichkeit Pommes mit Würstchen und Schicken. Dazu Ketchup, Mayo und ein paar Colas. Das ist die einzige Möglichkeit, die existiert hier zum Essen. So Leute, es ist wirklich direkt noch ein Nachschlag geholt. Wieder Pommes. Das ist irgendwie so ein komisches Brötchen, keine Ahnung, was da drin ist. Das ist anscheinend so Knoblauchfrut mit Butter und anscheinend russischer Salat, keine Ahnung, was russischer Salat ist. Aber das ist der Nachschlag, der sich jetzt gleich geholt worden ist. Das ist die Aussicht, Leute, aus dem Bifé-Restaurant. Kurzes Statement zum letzten Essen. Die Brötchen, da war gar nichts drin, die waren aber sehr lecker, so süße Brötchen, da war aber gar nichts drin. Und ansonsten, der russische Salat war mit Kartoffeln, aber hat nicht besonders krass geschmeckt. Da war alles sehr lecker ansonsten, aber es ist halt alles nicht so salzig wie bei uns in Deutschland, das bin ich gar nicht gewohnt. Aber sehr schön hier mit der Familie und sehr lecker. So Leute, jetzt gibt es noch einen Nachfisch, so einen Wacke-Pudding mit einem Stück Melone drin. Ich glaube, das ist so Creme-Grillet mäßig, ein Joghurt und Melone. Sehr nice! So Leute, wir sind fertig mit dem Buffet jetzt, wir haben das Buffet fertig gegessen. Die Straße war wirklich lecker. Wir laufen jetzt hier ein bisschen rum draußen noch und gucken uns ein paar Sachen an. Und dann muss ich leider nach Hause schon wieder, weil ich kann nicht mit meiner Frau oder meiner Schwester am Einkaufen gehen, weil wenn ich jetzt als Europäer da mitgehe, haben die mir gesagt, das war auch letztes Jahr, vor zwei Jahren schon so, dann wollen die einfach mehr Geld haben. Sie sehen, da ist ein Europäer dabei und die verlangen einfach so bitte Dreifache für die Waren da. Deswegen geht meine Frau für sich jetzt erstmal alleine einkaufen mit ihrer Schwester, damit die alles billig bekommt. Und ich gucke mir den nächsten Tag immer nochmal die Geschäfte und sage, wenn wir eh nichts großartig kaufen wollen. So Leute, so ist das hier in Vietnam. Die zocken die Deutschen ab. Vielleicht mal noch als kurzes Zwischenstatement. Wir machen ja immer Mittagsschlaf um die Mittagszeit rum. Also sind wir dann so ein Ding, dass man immer mittags mal so eine Stunde, zwei schläft, so 13 Uhr um sage ich mal bis 15 Uhr oder ein bisschen später, je nachdem. Und ich bin so zerstochen, also ich bin so krass zerstochen. Ich habe meine ganzen Beine, ich habe locker, am rechten Bein habe ich locker zehn Stiche, am linken habe ich locker fünf Stiche. Das ist so schlimm. Also die Moskitos lieben mich ja wirklich, die lieben einfach mein Blut hier, keine Ahnung. Die anderen haben fast gar nichts. Ich habe so viele Moskitosstiche, das ist krass. Also Mückenstiche. So sieht das übrigens aus in Vietnam, Leute, wenn man leichte Halsschmerzen hat, dann bekommt man so eine riesige Packung Tabletten und ist mehrfach so ein Beutelchen quasi. Und die sind wirklich zum einmalig einnehmen quasi dann dementsprechend diese Tabletten. War schon mal so vor zweieinhalb Jahren, da war ich auch erkältet. Und dann habe ich auch wirklich für einmalig einnehmen so viele Tabletten quasi genommen. Das sind mehrfach mehrere Beutel, solche Plastikbeutel quasi. Also schon krass, da werden dann mehrere Tabletten auf einmal genommen. Und ich denke mal, da werden auch viele Vitamine dabei sein. Aber aus Deutschland kenne ich es halt so, dass ich dann wirklich eine Tablette nehme, dann irgendwie morgens und abends. Und hier nimmt man direkt so einen ganzen Beutel dann auf einmal ein. Schon ein bisschen creepy, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ich kenne es ja schon von vor zweieinhalb Jahren. Ich denke mal, dass es mir diesmal auch bei meinen Halsschmerzen helfen wird. So Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zu dem wunderschönen Café, wo wir schon mal vor ein, zwei Tagen, wo ich euch schon mal was gezeigt habe von dem Café. Und dort werden wir jetzt schön noch, ja, so was Süßes trinken, eine Kleine, ich kann was essen. Wir haben 20 Uhr abends und dann werden wir damit schön den Abend ausklingen lassen. Und ich zeige euch noch ein bisschen ein paar Impressionen von den wunderbaren Getränken, die wir zu uns nehmen werden. Und da vorne seht ihr schon wieder das Café. Also das ist das Café, wo wir nicht waren. Und dahinter, wo es so golden leuchtet, ist das andere Café. Da gehen wir jetzt wieder rein, wenn es offen hat hoffentlich. Mal schauen. Bis gleich. So Leute, hier ist es das wunderbare Café, bei dem wir jetzt gleich speisen werden. Sieht wirklich schick aus von außen, muss ich sagen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Gefällt mir gut mit dem Beleuchteten auch. So Leute, wir dürfen jetzt sogar nach oben gehen und diese wundervolle Wendeltreppe hier hochlaufen. Hier schauen wir uns nochmal die Aussicht auf das andere Café. Und hier habe ich euch gerade das Schild gezeigt. Also wir sind jetzt im Café drin. Und hier geht eben jetzt so eine Wendeltreppe hoch. Ich glaube jetzt, weil die kennen ja auch die Inhaberinnen hier. Oder die, wo halt hier auf jeden Fall arbeiten. Ich glaube, das ist ja einfach das Haus von der, wo die auch wohnt. Der gehört einfach das Café. Und ich glaube, die machen jetzt extra oben für uns einen Bereich frei. Ich weiß nicht, ob hier oben schon jemand ist. Oder ob wir den jetzt für uns alleine haben. Ich glaube, wir haben den für uns alleine. Zeigt ihn euch ein bisschen, Leute. Ich versuche halt die Kinder nicht zu filmen, weil wir haben die Kinder dabei. Das ist der obere Bereich jetzt. Vielleicht will ich am Ende nochmal nach rechts ein bisschen. Aber ich will die Kinder jetzt nicht filmen. Bis später. Da oben ist das Logo übrigens nochmal. Und da hängen solche Ballons. Das habe ich von außen gerade gar nicht gesehen. Sieht auch sehr schön aus. Ja, da drüben ist der andere Café. Das hat auch so ein Balkon. Ihr müsst euch wirklich vorstellen. Das ist hier so ein richtiges Dorf eigentlich. Und hier ist das Rathaus von der Seite. Das habe ich damals auch noch gezeigt in dem Video. Ein richtiges Dorf eigentlich. Und du hast hier einfach so richtig schöne Cafés überall auf einmal. Krass. Ich finde es echt schön in Vietnam, dass es immer so einen Tee dazu gibt. Am Anfang, bevor man bestellt hat. Und Sonnenblumenkerne gibt es immer schon am Anfang. Das finde ich ganz schön. So Leute, es wird sich jetzt hier noch ein wunderschöner Himbeer-Smoothie gegönnt hier zum Abend. Euch wünsche ich auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht, Leute. Bis zum nächsten Tag. Ciao, ciao. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Der nächste Tag ist angebrochen. Heute gibt es mal eine andere Abendfrühstück. Und zwar so wieder mit Ei und Ketchup und Salat. Aber so richtig schön auf Sandwich gemacht. Meine Frau zaubert mir wirklich jeden Tag was Neues. Und einen Kaffee natürlich wieder dazu. Und ich werde nachher mal zum Friseur gehen, weil meine Frau will sich so dauerhaft Locken machen und Haare schneiden. Keine Ahnung. Und ich überlege gerade, ob ich mir auch einfach beim Friseur hier in Vietnam die Haare schneiden soll, Leute. Mal schauen, ich überlege es mir. Vielleicht seht ihr mich nachher beim Friseur, wie ich mir asiatische Haare schneiden lasse. Keine Ahnung, ob die Friseur nachher anders aussieht dann als in Deutschland. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier gerade bei einem Wochenmarkt vorbei. Komm, ich wollte euch mal ein bisschen noch einen Wochenmarkt erzeigen. Und cool ist, die haben hier überall zwischen den Häusern, die solche Dinge hier aufgehangen. Und die sind einfach für mich viel zu niedrig, wenn ich hier durchlaufe, Leute. Dann laufe ich hier voll rein. Die sind viel zu niedrig für mich einfach. Aber ansonsten, der Markt ist ja gerade zu Ende. Wir haben jetzt halt schon mittags rum. Und jetzt ist der Markt halt schon so knapp zu Ende. Ich versuche mal hier vorher nochmal einen kleinen View zu geben. Aber viel ist nicht mehr von dem Markt gerade da. Ups. Komm hier durch. Aber viel ist nicht mehr da. Aber die haben ja auch so einen Innenbereich hier quasi hier hinten. Und hier stand nochmal so riesiger Außenbereich. Aber wie gesagt, diese ganzen Dinge hier für mich sind einfach viel zu niedrig. Oh je. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Friseur. Und ich glaube, ich habe mich dazu entschieden. Okay, jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich habe mich dazu entschieden, dass ich mir auch die Haare schneiden lasse. Und mir anschaue, wie das dann quasi nachher aussieht. Der Markt ist noch viel größer. Aber ich kann es nicht alles sagen. Hinten geht es noch rein, noch ewig weit. Aber auf jeden Fall ganz cool. Mit diesen, dieses Zeltartige mit den Teilen. Gefällt mir sehr gut. Ey, da bände ich gerade das Video. Und dann kommt noch eine Ziege vorbei. Die wollte ich noch zeigen. Die Ziege auf jeden Fall. Das wollte ich, dass ihr das sehen könnt. Aber nice auf jeden Fall. Ich finde es immer cool. So in Vietnam wirklich auf den Märkten. Das gefällt mir immer sehr gut. Und das ist halt auch was ganz anderes. Das kannst du ja gar nicht vergleichen. Wirklich mit Deutschland oder so. Das ist komplett was anderes. Wir fahren die Motorräder durch. Und dann sehen wir noch die schönen Ziegchen am Start. Hier kommt die nächste schon. Sehr cool, Leute. Sehr, sehr cool. Ich muss immer aufpassen, wo ich hintere, weil hier auch Zeug rumliegt. Und dann alles so unähmisch. Ihr habt es ja gesehen. Aber finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und wir sehen uns dann beim Friseur gleich. Bis gleich. Tschaui. Hier nochmal so ein größerer Bereich. Ich glaube, da werden die Fleischsachen verkauft. Die haben auch schon alle zu jetzt. Also hier nochmal dieser größere überdachte Bereich dann auch gerade. Das sind übrigens Leute, die Gehwege aus Vietnam. So funktioniert das hier an der Straße. Es gibt leider keinen richtigen Gehweg hier. Es geht nach oben. Das sind aber die Geschäfts. Und dann ist hier schon immer wieder was, was dazwischen steht. Aber ansonsten hätte ich gesagt, dass das hier so der Gehweg Vietnams ist. Das ist einfach an der Seite der Straße. Dann fahren die Motorräder und dann die Autos so. Und da sind übrigens auch wieder überall in der Straße solche kleinen Kiosk-Geschäfte und welche, die so SIM-Karten und Zeug verkaufen oder die Chronik. Und auf der anderen Seite auch. Aber hier gibt es nicht so viel Interessantes. Ich versuche mal nächstes Mal nochmal in Wings Stadt quasi. Wenn wir da nochmal sind. Wir sind jetzt ja gerade in einem kleinen Dorf. Von der Schwester wieder. Und wenn wir es nächste Mal in Wings Stadt sind, werde ich mal versuchen, da ein bisschen nach Kleidung und sowas zu schauen oder so. Nach Schmuck vielleicht. Originale vietnamesische Schmuck. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zum Friseur, Leute. Und wir sehen uns dann wieder. Mein Friseur, diesmal wirklich wahrscheinlich. Bis dahin auch zu rein. Bis später. Ich sehe übrigens gerade das erste Mal so einen Kebab-Stand hier. Da ist aber niemand drin. Deswegen kann ich den filmen. Oh, jetzt kommt niemand vorbei. Deswegen kann ich den filmen. Und so ein Kebab-Kosch 15.000 Donnen. Das sind so 60, 70 Cent, hätte ich gesagt, in dem Bereich. Circa. Cool auf jeden Fall. Bisher habe ich immer noch welche mitgebracht bekommen. Hab noch nicht irgendwie selber einen gekauft. So Leute, das ist der Haarsalon. Jetzt meine Frau ist schon drin. Und ich werde mir da jetzt auch gleich die Haare schneiden lassen. Mal gucken, ob ich da gleich dann auch mal, ich sag mal, ein kurzes Video machen kann vom Haare schneiden lassen. Hier ein ganz kurzer Einblick vielleicht. Einmal rein. So Leute, das ist meine Frisur. Gerade fertig geworden. Sieht echt ganz schick aus. Ich habe eigentlich gedacht, das ist die ganz anders. Er hat mir hier einen Cut reingemacht. Der bisschen nach hinten durch. Das sieht man, glaube ich, auf dem Video jetzt gar nicht. Aber die andere haben mir dann die Haare geföhnt und gewaschen. Also ein Typ hat mir die Haare geschnitten und ein anderer hat mir dann die Haare geföhnt und gewaschen. Und die hat das einfach alles rüber gemacht. Ich glaube, deswegen sieht man den Cut nicht so. Aber auf jeden Fall sieht es eigentlich ganz nice aus. Ganz anders als gewohnt trotzdem, würde ich sagen. So zur Seite her alles geföhnt. Aber gefällt mir, Leute. Ich muss nur noch zwei, drei Stunden warten, bis meine Frau im Frisur so lange fertig ist. Aber sieht auf jeden Fall nice aus. Ich schwöre euch, Leute, das ist so krass. Wir sind jetzt einfach seit irgendwie fünfeinhalb Stunden oder so beim Friseur. Seit elf Uhr dreißig. Wir haben jetzt 16.30 Uhr. Also seit fünf Stunden sind es, glaube ich, wenn ich richtig rechnen, dass wir mit meinem Friseur. Meine Haare waren nach 15 Minuten fertig und meine Frau macht sich halt diese Dauerlocken rein. Und jetzt sind wir immer noch. Aber gleich ist sie fertig und dann gehen wir auch noch einen schönen Kaffee trinken. Nehmt auch noch mal mit. Auf jeden Fall zum Kaffee trinken. Aber im Moment sind wir noch beim Friseur drin. Wie gesagt, gleich sind wir durch damit. Und ich habe da hinten übrigens bei dem Kiosk hier habe ich mir selbst gerade wirklich eine Cola gekauft für 10.000 Dongen. Das sind ungefähr so 30, 40 Cent. Habe ich ja schon mal in dem Video gemacht. Aber da war es ja, sag ich mal, mehr oder weniger gestellt beim Kiosk hier von meiner Schwiegermutter. Und das war so beinahe wirklich bei meiner Schwester quasi gekauft da. Deswegen. Aber diesmal habe ich wirklich einen Cola in mir geholt. Ich habe es selber geschafft auf Vietnamesisch. Ich habe nicht alles verstanden, aber hat funktioniert. Okay Leute, ich bin mir doch nicht sicher, ob ich jetzt noch zum Kaffee gehe mit meiner Frau. Weil ich habe gerade von den Mitarbeitern bei dem Friseursaloc gerade so ein Sesambrötchen mit so Kleebreißfüllung bekommen. Und kam auch die Schwester gerade vorbei und hat mir noch so ein Bubble Tea gebracht. Also mal schauen, ob wir noch ins Café laufen oder nicht. Alter Leute, wir waren da jetzt wirklich sechs Stunden drin. Aber ich habe es überlebt. Aber wir werden jetzt glaube ich nicht mehr ins Café gehen. War jetzt echt schon spät. Und ich habe jetzt einen Bubble Tea getrunken und das andere Zeug. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns wieder am nächsten Tag. Ich stelle noch zu rein. Tschüss. Und Leute, hier auf der anderen Straßenseite seht ihr jetzt mal, wie die gerade wirklich den Kebab verkaufen. Ich habe jetzt richtig reingezogen, aber die Qualität ist nicht ganz so gut wie normal. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn der Kebabstand geöffnet hat. So Leute, kurzer Nachtrag nochmal zum Friseur-Video. Ich habe mir nach zwei Wochen jetzt gerade nochmal die Haare geschnitten. Ich komme gerade von der Hochzeit. Deswegen habe ich auch meistens Händler und ich war gerade beim Friseur nochmal Haare schneiden. Diesmal hat er das gegelt. Und ich muss sagen, mit Haarwachs bzw. Gel sieht es wirklich sehr gut aus. Also es gefällt mir wirklich gut, Leute. Und ich muss sagen, mit Haarwachs bzw. Gel sieht es wirklich sehr gut aus.